Ich lerne Deutsch. Nummer 12764 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wir sind in unserer eigenen Welt. Was um uns herum geschieht, interessiert uns nicht. Astronomische Symbole helfen, Sterne, Planeten und Sternbilder zu identifizieren. Astronomische Symbole helfen, Sterne, Planeten und Sternbilder zu identifizieren. Die Entwicklung des Geistes ist ein Prozess des Lernens und der Erfahrung. Die Entwicklung des Geistes ist ein Prozess des Lernens und der Erfahrung. Es gibt keinen Unterschied zwischen Schreiner und Tischler. Beide Begriffe werden in Deutschland gleichbedeutend verwendet. Es gibt keinen Unterschied zwischen Schreiner und Tischler. Beide Begriffe werden in Deutschland gleichbedeutend verwendet. Damit hatte ich nicht gerechnet. Das ist eine große Überraschung für mich. Damit hatte ich nicht gerechnet. Das ist eine große Überraschung für mich. Wir sitzen hier schon mehrere Stunden und haben noch keinen einzigen Fisch gefangen. Wir sitzen hier schon mehrere Stunden und haben noch keinen einzigen Fisch gefangen. Nimm die gelbe Rose in deine rechte Hand und halte sie waagerecht vor dein rechtes Auge. Nimm die gelbe Rose in deine rechte Hand und halte sie waagerecht vor dein rechtes Auge. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Tocke rein. Bis zum nächsten Mal. Tocke rein. Vielen Dank.